25.09.2019. Im letzten Video haben wir noch vom Showdown im Dreich gesprochen und den möglichen Ausbruch nach unten. Dieser Ausbruch ist jetzt überraschenderweise schon ziemlich schnell gekommen. Erst gestern Nacht bzw. gestern am späten Abend haben wir den großen Abverkauf gesehen. Und die Frage, die sich jetzt natürlich wieder alle stellen, ist, wie es denn weitergeht, wo denn die Einstiegspunkte sind. Und gerade diese Themen möchte ich in diesem Video sehr kurz und kompakt kommentieren. Ich hatte nämlich ursprünglich geplant, diese Woche kein Video mehr aufzunehmen, da ich zeitlich ziemlich beschränkt bin. Aber ich bin mir bewusst, dass nach so einem Bruch und nach so einer großen Volatilität und nach so einem überaus bedeuteten Preis-Move ich fast dazu gezwungen bin, euch ein kurzes Update zu geben. Das ist mein Anspruch auch mit diesem Kanal. Wenn ich jetzt da eine Woche warten würde, bis ich das kommentieren würde, wäre es schon wieder alt und wäre schon wieder nicht aktuell. Also verzeiht mir, wenn ich in diesem Video jetzt nicht irgendwelche aufwändigen Schnitte setze oder irgendwie was Aufwändiges dazu erkläre. Das Ganze ist heute nicht im Programm. Es geht wirklich darum, euch jetzt abzudaten, kurz ein Briefing zu geben nach diesem großen Bruch, nach dieser großen Volatilität, wie ich mich jetzt verhalte. Und eventuell, wie ihr euch verhalten sollt, natürlich keine Finanzberatung, wie immer. Und ich würde sagen, wir starten jetzt damit los. Generell gesagt, sollte für die meisten Zuschauer meines Kanals oder die Leute, die mir jetzt schon länger folgen, dieser Bruch nach unten eigentlich nicht die größte Überraschung sein. Ich habe das Ganze schon mehrmals in meinen Videos thematisiert, eigentlich über den ganzen Sommer jetzt hinweg, dass ich dieses Szenario definitiv wahrscheinlich sehe und dass ich auf so ein Szenario spekuliere, wo wir diesen großen Support aus dem Markt nehmen. Und dementsprechend möchte ich das zum Anfang nochmal kurz erwähnen, nicht um mir jetzt selber auf die Schultern zu klopfen. Das ist absolut nicht das Ziel dahinter. Man weiß immer, es ist nur eine Frage der Wahrscheinlichkeiten im Handeln und im Trading und in der Marktanalyse generell. Was ich damit sagen wollte oder was ich damit ausdrücken will, ist, dass für mich jetzt nicht die Zeit ist, um Panik zu bekommen oder um irgendwie meine Spot-Bitcoins, also mein Portfolio, irgendwie abzustoßen oder zu sagen, jetzt geht es auf 3K oder so. Also es war eigentlich schon länger in meinem Plan involviert, die Leute, die mir schon länger folgen, wissen es auch. Ich habe das Ganze auch damals in einer Trading-View-Idee manifestiert, die können wir uns hier auch ansehen. Die wurde konkret am 23.08. gepostet. Ich habe das extra so gemacht, damit man das im Nachhinein nicht mehr verändern kann. Das heißt, hier war eigentlich schon das Ziel vorgegeben in dem Bereich 8.900. Wir sind jetzt von hier natürlich auch noch tiefer gegangen. Was auch hier interessant ist, wenn man weiter drückt, wenn man den Stop drückt, hier hatte man auch wirklich Glück, dass bei dieser Idee der Stop nicht getroffen wurde vor dem eigentlichen Abverkauf. Also ihr seht schon, auch wenn die generelle Idee richtig ist, das Timing ist immer schwierig. Wenn ihr das wirklich so tradet und ihr habt das Ganze als Hedge genommen, also nicht als kurzfristigen Trade, dann muss euch auch im Klaren sein, dass wenn ihr zum Beispiel hier schon bereits Short seid, der Markt hier nach unten zieht und ihr hier nicht schließt, ihr ziemlich zu schwitzen beginnt, wenn der Markt wieder hier hochzieht. Aber gehen wir jetzt zum eigentlichen Chart. Wie gesagt, das sollte jetzt nicht zur Beweihräucherring dienen, da viele YouTuber oder auch viele Trading-Gurus, wie man es so nennen kann, solche Fakten oft danach nehmen und sagen, ich habe es euch doch gesagt, ihr müsst auf mich hören und bla 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 bla. Und das geht ja gar nicht. Das geht wirklich nur darum, um euch zu zeigen, dass ich keine Panik habe und dass ihr eigentlich auch keine Panik haben sollt. Wie gesagt, das überrascht mich ziemlich wenig. Wir haben nämlich diese Range geformt, wo ich jetzt schon das tausende Mal drauf eingegangen bin und eben diese sehr, sehr sauberen Lows im Markt gelassen. Das heißt, wie ich auch schon das x-te Mal erklärt habe, liegt unter diesen Lows eine Menge an Liquidität. Das heißt, wenn irgendeine Wahl oder irgendeine größere Institution oder irgendein größerer Marktteilnehmer es schafft, den Markt unter diesem Bereich zu drücken, dann wird eine Kaskade von Sell-Ordern ausgelöst, hauptsächlich in Form von Stop-Ordern. Und das Ganze habt ihr auch gestern wieder gesehen auf BitMEX. Ich kann euch hier kurz den Screenshot dazu einblenden. Es wurden Unmengen an Long-Positionen liquidiert bzw. ausgestoppt. Es wurden noch mehr Positionen verkauft, einfach aus dem Grund, weil mit diesem Druck nach unten das Feuerwerk ausgelöst wurde. Ich habe es schon mal erklärt. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein großes Feuer, also ein Lagerfeuer. Oder wenn die Market Maker oder die Wale oder generell, wenn einfach der Markt unter so ein Swing Low geht, vor allem am Daily Chart, dann ist das Ganze so, als würdet ihr Benzin ins Lagerfeuer kippen, da dann einfach unter diesem Lows so viel an Stop-Loss-Ordern liegen. Das heißt, alle Leute, die Long im Markt sind, das heißt, die mit Kaufpositionen im Markt sind, verkaufen ihre Order drunter. Und was dann passiert, sind dann völlig irrationale Reaktionen. Zum Beispiel dieser Abverkauf auf 8000 war komplett irrational. Das hat nichts damit zu tun, dass Leute hier noch selber manuell verkaufen. Das hat einfach damit zu tun, dass extrem viele automatische Marktorder auf den Markt einprasseln und so den Markt nach unten drücken. 3, 2, 1 Mein erster Tipp in diesem Video für euch und generell ein erster Hinweis, eine erste Weisheit ist, nichts zu überstürzen. Das ist einer der größten Fehler, die man machen kann, nachdem ein Bruch einer solch lang etablierten Range erfolgt ist. Die Range hat jetzt konkret 100 Tage gehalten und wir haben jetzt den Bruch darunter gesehen. Das heißt, ihr solltet jetzt nicht irgendwie übereiligt oder ohne große Vorausplanung sofort in den Markt rushen, nur aus dem Grund, weil ihr jetzt irgendwie die Panik habt, entweder die Panik habt, noch hoch zu verkaufen oder günstig einzukaufen. Das solltet ihr nicht haben. Ja, es ist immer relativ eine schlechte Idee, wenn man nach einem Bruch einer Range oder nach einer sehr, sehr hohen Volatilität direkt in den Markt rusht oder direkt in den Markt geht. Ein Beispiel wäre zum Beispiel hier gewesen. Natürlich komplett andere Situationen und auch nicht vergleichbar, da dieser Support jetzt hier nicht zu vergleichen ist, wie mit dieser Struktur hier. Aber auch hier, wir haben hier eine große Liquidität, also eine große Volatilität, sorry, nach unten. Was macht der Markt in den nächsten Tagen erstmal? Naja, das sieht jetzt am Daily Chart nicht spannender aus, aber das sind auch wieder vier Tage konkret. Ich musste jetzt gerade nochmal erzählen, ob es vier oder drei Tage sind. Das heißt, das hier sind jetzt nochmal vier Tage und der Markt macht hier im Prinzip gar nichts. Er versucht hier nochmal abzuverkaufen. Wir haben hier das Low gesehen, dieses ersten Runs. Er gibt noch einmal unter dieses Low vom Vortag, kommt dann konkret nach oben, wird stark aufgekauft und dann einfach seitwärts. Ein Versuch über diesem High hier zu schließen. Das heißt, ihr seht hier wieder auch konkret, ups, sorry, wie konkret die Daily Highs und Daily Lows attackiert werden. Einmal hier das Low und einmal hier das High. Die werden beide aus dem Markt genommen und dann kommt das nächste Bewegung. Das heißt, hier ist jetzt nicht irgendwie der Zeitpunkt, um sofort irgendwas zu machen, weil es ist meistens emotional und führt zu keinen guten Entscheidungen. Sei es, am besten solltet ihr einfach mal zwei, drei Tage warten, beziehungsweise was ich mache, ist natürlich keine Finanzberatung. Was ich mache nach solchen Tagen, nach solchen Situationen ist, die Lage in Ruhe zu evoluieren und mal eventuell zwei, drei Tage zu warten. Denn ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier ziemlich irrationelle Bewegungen sehen werden. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn ihr euch dieses Low markiert, das ist das erste Low, das wir auf BitMEX geformt haben, dass wir einen Stich darunter sehen werden und eventuell dann eine große, gewaltige Aktion der Bullen. Das heißt, ein Stich darunter und dann der Kauf nach oben mit einem langen Weg nach unten. Das wäre so ein erstes Signal, dass kurzfristig der Bullen erreicht ist. Wie gesagt, generell bin ich kein Fan davon, beim ersten Touch direkt zu kaufen, denn es würde mich definitiv nicht wundern. Und es wäre auch überhaupt nicht verwunderlich, wenn der Markt einmal das macht, bevor er das macht. Das heißt, hier würde ich keine Position noch nehmen. Einfach mal in Ruhe abwarten, was der Markt macht. Und die nächsten interessanten Zonen sind dann einfach hier. Wenn wir hier drunter brechen, finde ich schon, dass wir ein Problem haben, weil das wirklich starker Support ist. Das heißt, wenn wir einfach so um das 7400 brechen, dann ist es wirklich jetzt nicht kurzfristig das beste Zeichen. Aber wenn wir uns das Ganze langfristig ansehen, dann auch eigentlich nicht so schlimm. Und das ist das Faszinierende. Wenn ihr wirklich rauszoomt und je weiter ihr rauszoomt, desto weniger schlimm sieht das Ganze von hier aus. Und wenn ihr hier zum Beispiel seht, okay, wir hatten hier ein altes High, der Markt stößt sich jetzt gerade hier dran. Wir haben hier den nächsten Support. Und theoretisch, wirklich theoretischerweise, könnten wir bis nach hier unten durchgehen. Also das ist eh ungefähr die Zone, wo wir jetzt davor gesprochen haben. Und es wäre eigentlich immer noch kein Beinbruch. Auch wenn es absurd klingt, dass wir jetzt auf 6000 gehen würden. Es wäre langfristig jetzt nichts, wo man sagen würde, okay, das wäre jetzt der Doomsday. Wenn man sich auch die Fibonacci-Levels anzieht von ganz unten nach ganz oben. Das 62-Ger-Ratio, die 62-Ger-Ratio wäre bei 7100, die 70,5-Ger-Ratio bei 6100. Das heißt, es wären definitiv Preis-Levels, die im Bereich des Möglichen wären. Und nicht dafür sprechen würden, dass wir jetzt irgendwie ein neues Los hinwähren, sondern einfach für eine Trendfortsetzung sprechen würden. Natürlich, wir haben jetzt hier eine lange Konstellation aufgelöst. Das heißt, es ist jetzt nicht das größte Zeichen. Und es ist auch kein Zeichen, das ihr jetzt direkt in den Markt rushen sollt. Aber es ist kein Zeichen, irgendwie, ja, panisch zu werden. Was ich bei solchen Situationen immer konkret mache, ist, dass ich meine Bias nach unten lege. Das heißt, ich bin gewillt, irgendwie zu sagen, okay, ich warte jetzt mal ein, zwei Tage ab. Wenn der Markt hier seitwärts geht, dann versuche ich erstmal langsam in den Markt zu gehen. Das heißt, kleine Positionen aufzumachen. Wenn der Markt dann dippt, wird dann hier nachgekauft im ersten Support. Ich erwarte dann zum Beispiel schon mal hier einen Bounce. Der Einstiegspreis wird dann tiefer. Das heißt, ich habe eigentlich auch weniger Risiko, kann eventuell schon erste Risikomanagementstrategien anwenden. Und habe dann mein absolutes Invalidationslevel. Das heißt, das Level, wo ich nicht will, dass der Markt hingeht. Das wäre dann nochmal um einiges tiefer. Und wo ich dann sage, okay, bis zu diesem Level, jetzt zum Beispiel 7100 oder 6800 oder 6100, je nachdem, wie ihr das seht. Bei mir wäre es jetzt konkret in diesem Bereich irgendwo 6700 bis 7000. Das wäre mein Invalidationslevel, wo ich sage, okay, bis zu diesem Bereich bin ich gewillt, nachzukaufen. Das wäre das Erste. Die zweite Strategie ist ganz simpel und auch schon im letzten Video vorgestellt. Sollte der Markt jetzt wirklich wieder erwarten, einfach von hier direkt nach oben gehen. Was ich jetzt nicht wirklich glaube, aber wir haben ja dieses Fractal gesehen im letzten Jahr, wo wir auch einmal kurz nach unten gestochen sind und dann sofort wieder drüber gegangen sind. Ich glaube, das war das hier. Ja, das war der Bereich hier. Also wenn wir wirklich so eine Situation jetzt haben oder so eine Situation sehen sollen, dann wäre ich einfach gewillt, auf den Bruch des alten Supports zu warten, also nach oben. Das heißt, dieser Markt hat jetzt für knapp 100 Tage in dieser Range getradet. Das heißt, dieser Support hat stark gehalten. Sollte das wirklich nur ein Fake-Out sein und sollten wir wirklich jetzt bald wieder Richtung höhere Highs gehen, also in diesem Bereich wieder hoch, dann müssen wir ganz klar als erstes diesen Support brechen. Und wenn wir diesen Support wieder brechen, dann ist das ein Zeichen für Stärke. Und da es ein Zeichen für Stärke ist, würde ich den ersten Pullback zu diesem Support zurückkaufen. Ich sehe gerade, die Zeit ist bei knapp 10 Minuten. Es sollte jetzt eigentlich kurz vor sich alles gesagt sein. Wie gesagt, keine Panik. Plan ausarbeiten. Wie weit wollt ihr nachkaufen? Ihr habt gesehen, bis wo weit ich ungefähr nachkaufen werde. 6.700, 6.500. Die ersten größeren Bikes in diesem Bereich. 6.700. Ich will jetzt nicht direkt hier in den Markt gehen. Also zusammenfassend gesagt da. Wie gesagt, ich erwarte irrationales Preisverhalten. Selbst wenn man hier schon in den Markt geht, kann definitiv irgendwie sowas passieren. Und dann wieder Konsolidationen. Nach einer großen Expansion will ich einfach nicht der Erste sein, der sofort da was macht. Ganz einfach ausgedrückt. Das heißt, erstmal kurz abwarten. Die Bikes nach unten reinlegen. Und wie gesagt, das wäre das kurzfristige Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte euch hiermit wirklich nur sehr, sehr schnell updaten. Da ich, wie gesagt, zeitlich ziemlich beschränkt bin diese Woche. Und wahrscheinlich erst das nächste Video am Montag mache. Am Montag können wir dann ein längeres Video machen über den langfristigen Plan. Bis dahin war es ein schnelles Update. Ich versuche es gleich hochzuladen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Euer Chris.